Wir werden oft gefragt, warum ist Ihr Schwimmerlebnis so anders? Das hat im Grunde mit Design zu tun. Keine Luftzufuhr, angenehm für Schwimmer aller Leistungsstufen. Wir laden die Leute ein, hereinzukommen und es auszuprobieren. Erst dann geht's ans Eingemachte. Dass wir Ihnen das sagen, genügt halt nicht. Ich bin schon eine Ewigkeit Wettkampfschwimmer und ich glaube wirklich, dass ich mit Swimcross ins Schwarze getroffen habe. Ich habe das Gefühl, ich würde in offenen Gewässern schwimmen, ganz ehrlich. Und für Aquafitness benutze ich einige Teile der SpeedoFit Ausrüstung. Ich bin mit einem Schwimmgurt geschwommen. Da kann man so unglaublich viele unterschiedliche Workouts machen und total aktiv sein oder eben auch nur voll entspannen. Da ist für jedermann was dabei, wirklich wahr. Andere Swimspas erzeugen die Kraft in den Düsen mit Luft. Und dann hat es den Anschein, da ist eine Menge Power und ein Riesenschwall Wasser. Doch in Wirklichkeit erkennt man das eben nicht, wenn man in eine sehr turbulente Luftwasserströmung hineinschwimmt. Das ist nicht authentisch. Unsere Düsen liefern jedoch Echtheit. Es wird keine Luft zugeführt, es wird eine laminare Strömung erzeugt. Es gibt drei Düsen, die für eine angenehme breitflächige Strömung sorgen, in die sie hineinschwimmen. Und die Düsen am Boden sorgen dann beim Schwimmen zudem noch für Auftrieb. Wir haben erkannt, dass dies das Herzstück im Gartendesign vieler Menschen ist. Daher kümmern wir uns wirklich akribisch um jeden einzelnen Aspekt. Von den Farben, über das Layout, bis hin zur garantierten Stahlrahmenkonstruktion. All diese Details sind uns sehr wichtig.